Willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Gründlich Erklärt. In diesem Video findest du die Übungsaufgaben zum Futuresample mit Lösungen. Falls du dir vorher nochmal die Erklärung zu diesem Thema anschauen möchtest, dann findest du den Link dazu hier oben und in der Videobeschreibung. Wenn du bereit für die Aufgabe bist, dann geht's jetzt los. Du sollst die Lücken mit den entsprechenden Verben im Futuresample füllen. Thematisch geht es um die Welt meiner Träume. Um die Aufgabe zu bearbeiten, pausierst du am besten das Video gleich, wenn ich es sage. Dann kannst du in Ruhe die Aufgaben bearbeiten und anschließend das Video wieder weiterlaufen lassen. Deine Ergebnisse kannst du dann mit meiner Lösung abgleichen. In der Videobeschreibung findest du auch einen Link zu einem ausfüllbaren Arbeitsblatt mit dieser Aufgabe. Du kannst das Video nun pausieren. Fertig mit der Aufgabe? Hier kommt die Lösung. Setze die Verben ins Futuresample. Dans le monde de mes Rêves, le temps fera beau, parce que le soleil brillera toujours. Bis hierhin sollte alles klar sein, weil alles regelmäßig ist, außer faire, das ist unregelmäßig, und wird zu fera. Bei der ersten Lücke in diesem Satz haben wir das unregelmäßige Verb avoir, außerdem das Pronomen i, das vor aura steht und zuletzt die Verneinungsklammer drumherum. In der zweiten Lücke haben wir ein reflexives Verb, was im Futuresample ganz normal nach den bekannten Regeln funktioniert. Bei diesen beiden Sätzen haben wir regelmäßige Verben. Das sollte also kein Problem gewesen sein. Ainsi, je pourrais payer à l'aide de mon visage, «Ce que j'achèterai». Hier haben wir wieder zwei Besonderheiten. Zum einen die unregelmäßige Form von «Pouvoir» und zum anderen «Acheter», wo du auf den Akzent grave achten musst. La Kultur. Des Artistes holographiques ne chanteront pas seulement dans les Stades, mais ils donneront aussi des Concerts dans les Salles du Séjour des Fans. Auch alles regelmäßig hier, also sollte das kein Problem sein. La Santé. Nous serons capables de lutter contre les Virus. Enfin, un groupe de médecins trouvera un remède contre le cancer. Hier möchte ich auf die Form «Nous serons von être» hinweisen. Außerdem, das «trouvera» im zweiten Satz bezieht sich auf un groupe und steht deswegen im Singular. Le monde de mes rêves sera un monde où je voudrais bien vivre. Vous viendrez avec moi? Hier haben wir gleich drei unregelmäßige Formen von «Être», «Vouloir» und «Venir». Wie gut war dein Ergebnis? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Auch Fragen und Anmerkungen kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Zeig mir doch mit einem Daumen nach oben, dass dir das Video geholfen hat und abonniere meinen Kanal, damit du meine Videos beim nächsten Mal schneller findest. Rechts und links findest du weitere hilfreiche Videos verlinkt. Wir sehen uns wieder. A la prochaine!